Erschöpfte Menschen schreiten durch den weißen Nibel direkt auf die Mauern des Konzentrationslagers zu, das mit nationalsozialistischen Symbolen geschmückt ist. Die Ankömmlinge werden im Empfangsbereich ausgezogen, ihre persönlichen Sachen werden abgenommen, danach werden sie unter der aufmerksamen Aufsicht der Wärter rasiert und frisiert. Anschließend werden sie nackt auf den Schnee hinausgeschickt. Der Fotograf namens Francisco Beugs arbeitet für die Verwaltung. Er erklärt dem kleinen Jungen Anselmo, dass man hier vorsichtig sein und die Regeln befolgen muss. Außerdem erzählt er ihm, dass sein Vater in das Lager Gusen in der Nähe gebracht wurde. Am Morgen werden Beugs und sein Partner in der Identifikationsarbeit, Ballbühner, in den Winterwald gebracht. Ihre Aufgabe besteht darin, Fotos von den Leichen der Häftlinge zu machen, die versucht haben, aus Gusen zu fliehen. Der Held, der die Fotos betrachtet, erkennt, dass die Getöteten nicht versucht haben zu fliehen. Sie wurden in die Brust geschossen und nicht in den Rücken.